Ich fliege jetzt hier die ganze Zeit irrlos rum Nur weil er sich nicht zeigen will Wo könnte ich noch suchen? Vielleicht bei Fort Adams? Oder hier? Ne da war ich ja eben. Da habe ich einen Befahrt. Zumal bei Fort Adams. Hm ne da nicht so falsch mein Lieber Oh ich bin gut da ist wirklich einer. Sag mir mal hallo zu den Jungs. Na? Komm mit. Ich will nicht auf die Mine schießen. Ne du bist hier nicht da rausholen. Und? Krieg ich dich so? Ja. Schalom. Ha. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass einer von denen das hat als Störgerät oder Jäger war. Nein. Ich hatte nicht erwartet, dass jemand kommt. Du schon gar nicht. Sie waren der Letzte, der den Chief gesehen hat. Was ist passiert? Ich wurde eingeklimmt bei dem Unfall. Ich spürte die Flammen an meinen Füßen und meine Stiefel sind geschmolzen. Als nächstes wurde das Fenster über mir eingeschlagen und da war der Chief und zog mich raus. Der Truck würde hochgehen, aber er gab nicht auf. Ich sah, wie sie ihn zum City Vision gebäudet hatten. Bitte. Du musst ihm helfen. Das werde ich. Bleiben Sie hier. Ein Officer ist auf dem Weg. So. Dann kümmern wir uns um den Chief. Jetzt muss ich nur noch den Chef der Feuerwehr retten. Er befindet sich am City Vision Gebäude. Sie werden ihn töten, wenn ich sie nicht aufhalte. Bleiben Sie wachsam, Sir. Ich sehe eine beachtliche Anzahl von Feinden. Sie werden sich nicht kampflos geschlagen geben. No problemo. Amigos. Und dann müsste ich nur noch eins auffinden. Die DLC Sachen machen. Da zeige ich mir nur ein, zwei Sachen mit Tucheln. Und dann sind wir mit dem Jünger Passmodus durch. Huh. Wollt sie mich schnitzen hier. Sie müssen ihn jetzt festnehmen. Wer ne Ahnung. Sie haben dieses verfluchte Bad Signal schon ziemlich lange auf dem Dach. Ja, aber jetzt wo jeder weiß, dass es Bruce Wayne ist, haben sie ihre äh äh glaubhafte Abstreitbarkeit verloren. Das war's. Oh, was ist los Chief? Du siehst sauer aus. Genau. Sei doch froh, dass wir dir heute Nacht freigegeben haben. Keiner von denen hätte ein Störgerätbruch gesagt. Oh, Mimose. Vielleicht hat er andere Pläne. Oh, ich bringe seinen Termin. Fla, durch ein Wasser. Leine von euch eigentlich ein Headhack? Wie durch geht der Idiot nicht aufzulabern und macht euer Knopf. Auch nicht. Das klingt aber gar nicht nach Kampfgeist. Ja, klingt als würdest du... Was zur Hölle. Wie genau geht man das hin? Einen Sunny haben wir auch nicht dabei. Ach, da hebe ich mir noch das Angsterschaden auf. Deswegen ist das noch nicht erforderlich. Ich sehe nach dem Verletzten. Wo ist der? Hier drüben. Okay, okay. Aber beeil dich. What the fuck? Wieso hat er mich gefunden? Nein! Ich dachte, das wird stylischer. Da müssen wir das nochmal von vorne machen. Nicht mehr so angsteinflößend. Was, Batman? Die hat nicht mehr so angsteinflößend. Die hat nicht mehr so angsteinflößend. Die hat nicht mehr so angsteinflößend. Jetzt muss ich mir jetzt nochmal wieder einen Angstschall überlegen. Naja, hab ich gelehnt. Da ist der, der K-3 kommt ja nicht davon! Was mach ich denn für ein Bullshit? Und wie steil ich am Machen hab. Ich hab nur ne Scheiße gebaut! Wir können ihn nicht hin! In Atennis, passt besser auf! Wer? Wollt er nicht einen Wachgeschütz aufstellen? Na ja, ich war zu langsam. Mach mal Vollgas, oder was? Wir können nichts fehlen tun! Aber wir pflicht die Pläne aus dir schwachen! Wir haben Schutz aufgestellt! Bereichert Schau! Wollt er nicht weg! Wollt er nicht weg! Wollt er nicht weg! Was? Hinten kam noch einer! Den hab ich gar nicht gesehen! Mann, ich würde das viel stylischer machen und ihr habt mir alles versaut Arschkopf Meine Männer, sind sie okay? Ihre Männer sehen zu Ihnen auf, Chief Sie vertrauen Ihnen Du weißt es, nicht wahr? Ich weiß, dass Sie alles für Ihre Männer tun würden Selbst wenn das bedeutet, einem bekannten Brandstifter zu helfen Sie haben Firefly die Zugangscodes und die Adressen der leer stehenden Häuser gegeben Ich habe immer sichergestellt, dass Sie leer waren und niemand verletzt wird Sie haben Ihre Männer in Gefahr gebracht Die Stadt hätte uns stillgelegt Das konnte ich einfach nicht zulassen Und solange ein Brandstifter seinen Unwesen trieb, hätten Ihre Männer ihren Job behalten Sie haben Familie und haben ihr Leben für diese Stadt riskiert Ich habe Ihnen ein Versprechen gegeben, dass ich nicht brechen konnte Das verstehst du doch, oder? Die Polizei wird Ihnen im GCPD ein paar Fragen stellen wollen Das ist Ihr Platz, Chief Ich fahre in Batmans Wagen mit Meine Kleine wird mich beneiden Aber so war das nicht gedacht Chef Ich wusste nichts von Scarecrow´s Plan Das spüre ich Du musst mir glauben Warum sollte mir überhaupt jemand glauben? Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll Das sind Sie Ihnen schuldig Ich weiß Das war falsch von Ihnen Aber Sie sind zurückgekommen Das heißt ja schon Ja Dass ich ein schlechtes Gewissen habe Trotzdem danke Ich sage nicht völlig Ich unlikely Achse Ich nehme Ja Ich nehme Ich kann Ich mache Unikal Ich ne new Und Unikal Los geht's, Chief. Oh, Gott. Das passiert wirklich. Sorg dafür, dass es die Männer nicht herausfinden. Ich will es ihnen selbst sagen. Du hast recht. Das bin ich ihnen schuldig. Gut. Die Stadt ist soweit aufgeräumt, bis auf DLC und erst schon. Hmm, mal schauen, wo gehen wir dann als nächstes hin? Machen wir den Kopf des Dämon fertig. Ich kehre zurück zu Raws Versteck. Das endet jetzt. So oder so. Das wird es, Sir. Kriegen wir an, oder? Nyssa war immer das vernünftigste Mitglied dieser Familie, aber vertrauen sie ihr? Mach ich. Sind sie bereit, ein Leben für sie zu beenden? Interessant, wie ihr die Frage eigentlich offen lässt. Also die Antwort. Ey, was... Mach ich so zu viel. Das ist so, als würde mir was fehlen, jetzt, wo ich weiß, dass ihr Bruce Wayne ist. So, als ob du merkst, dass der Weihnachtsmann eigentlich dein betogener Onkel ist. Ich fliege aber trotzdem hier oben, mit der Hoffnung, Asura zu finden. Ich weiß, dass sie sich einmal auf der Lady of Gotham niederlässt, aber... Hat er grad noch nicht gemacht. Ja, ist ne Challenge-Karte. Ja, also... Zeig dich. Wo fängt die? Ich geh mal ran. Sir, äh, falls es sie nicht stört, würde ich gerne vorschlagen, dass angesichts Ra's übernatürlicher Lebensdauer und seinem aktuellen Zustand künstlich verlängerter Existenz, nicht zu vergessen, dass er bereits tot ist, man doch dafür, äh, plädieren könnte, dass, äh, 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 äh... Ich habe geschworen, nie zu töten. Er ist ein gefährlicher, rücksichtsloser Irre, Sir. Wenn er bei voller Stärke ist, weiß man nicht, was er tun oder wem er schaden wird. Ist die Vermeidung gottloser Auferstehung dasselbe wie ein Leben zu nehmen? Was würdest du tun, Alfred? Ich weiß nicht, Sir, doch ich werde sie bei allem unterstützen. Okay, da aufbaue ich Alfred. Jetzt stelle ich mich wieder so david an, da hin zu finden. Mal lieber das. Achso, ich müsste... ...da runter und so weiter. Ne, ich habe mich nicht direkt den Ausstieg genommen. Ich bin gerade auch verweht. Wir haben noch den Strom hergestellt. Genau. Ich könnte da einfach reinlaufen. Aber hier ist verschüttet. Hey, ich bin schon wieder verwirrt. Wo muss ich lachen? Ohne Scheiße, ich bin voll verwirrt gerade. Ich würde es noch mal verborgen, weil das alles nicht wundermassen ist. Ich bin schon wieder dabei. Glockenswert. Ich kann euch noch mal verwecken. Okay, das ist hier ein paar Steuern. Okay, hier ist ein paar Zeugern. Die Reinde dafür haben das immer wieder. Wenn ich es so viel gemacht hat so ein paar Krampfläche sind. Ich kann aber das gut hier nicht. Ich kann mich mit einem englosenbewerbewerbewerbewerbewerbewerbewerbewerben. Wir müssen hier bei HOPs machen. Okay, wer es nicht genauer? ich check diesen deal zieht gar nicht mehr den voll vergessen wieder geht noch im kreis die anhänger haben barrikaden gegen die rebellen errichtet wie aufmerksam von ihnen das heißt der faschel geht jetzt auch gar nicht wie sieht es aus als ob ich das mit der bettklau ich kann das jetzt nicht tun die bettklau fessig werden kann das versteht doch und zack ich bin so hart gerade am failen wie diese DLC wieder ging gell da haben die das ja noch verschoben gesetzt musste ich das nicht irgendwie deaktivieren ah ja doch jetzt geht es nur mit meinen batman ninja skills die 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 die